herzlich willkommen zu modelleisenbahn träume heute stellen wir euch die märklin 36795 eine diesellokomotive br223 mr cdispolok vor es ist eine mfx lock mit sound wir fangen jetzt mal an die lok dementsprechend mit den einzelnen funktionen durchzuspielen für euch so 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 weiß in schlussrichtung 2 rot yes weekend so das war's mit der märklin 36 795 falls ihr fragen dazu habt könnt ihr gerne diese in den kommentaren stellen zum video ansonsten wenn ihr mehr über uns erfahren möchtet oder sehen wollt von uns auf facebook findet ihr uns unter modelleisenbahn träume aber ein link wird noch unten in der beschreibung zu finden sein gut dann wünschen wir noch eine schöne zeit bastelt viel mit eurer modellbahn und bis zum nächsten mal